Musik Hier wo die Künstler zu Hause sind, ist auch Wolfram Kohns heute zu Hause. Was verbindet Wolfram Kohns denn mit Karst? Zum Beispiel das, was hier an den Wänden hängt. Karst ist eine kulturell unglaublich vitale Stadt. Karst hat mich schon als Jugendlicher fasziniert, denn ich bin ja hier ganz in der Nähe aufgewachsen, habe hier immer erlebt, dass hier wirklich eine unglaubliche Energie ist, um Menschen Freude zu machen. Und der Höhepunkt all dessen ist Karst total. Es ist einfach eine wirklich total schöne, total friedliche, total familienorientierte und auch total inspirierende Veranstaltung. Es ist ein wirklich tolles Fest und das wieder mal erleben zu dürfen und jetzt sogar in einer besonderen Rolle. Das ist eine große Ehre für mich. Wenn das sogar bis nach Neuss-Reuschenberg-Silikum vordringt, da wohnt der Mann und joggt da bisweilen auch mal durch diese Gefilde, da bleibt ja die Frage offen, wie kam es denn dann zu dem Aufruf dieser Schirmherrschaft? Übrigens, wenn ich laufe, laufe ich meistens mit einem Karster. Ich habe einen sehr guten Freund, mein Freund von Guido, der hat hier in der Bismarckstraße sein Zuhause und mit dem bin ich sogar schon den ersten Marathon gelaufen, in Köln damals. Also Karst, Neuss sind dann in Köln Marathon gelaufen. Das heißt also, Karst ist auch mal etwas Motivierendes für mich. Ja, ich weiß, sie wollten den Besten haben als Schirmherr. Der konnte nicht und deswegen bin ich jetzt hier. Bei all dieser Gaudi bleibt ja auch Raum für das, was uns alle gerade bedenklich stimmt. Da gibt es ja auch ernste Momente. Wir wollen das sicherlich mal andeuten. Denn die Stiftung ruft auf zur Unterstützung und auch das ist ein Antrieb, sich bei all dieser Freude mal den ernsten Dingen zuzuwenden. Also mir ist ganz, ganz wichtig. Wir haben vor allen Dingen jetzt hier ein tolles Wochenende vor uns mit viel, viel Spaß, mit viel, viel Freude. Das soll auch unbeschwert über die Bühnen gehen, denn es gibt so viele Bühnen, die so viel Lebensfreude versprühen. Das steht im Mittelpunkt. Wenn man zwischendurch vielleicht noch mal ein bisschen Zeit hat, an die zu denken, denen es nicht so gut geht, und das sind viele Kinder hier in Deutschland, auch hier in Karst, aber auch viele, die jetzt nach Karst kommen werden, Flüchtlingskinder, dann ist das ein Thema, mit dem ich den Menschen nicht in irgendeiner Form die Freude nehmen will, sondern sagen will, das kannst du prima miteinander verbinden. Also wir machen diesen Spendenmarathon seit jetzt 19 Jahren. In diesem Jahr werden wir ihn zum 20. Mal machen bei RTL. Und wir haben immer gemerkt, dass es einfach wahnsinnig viel Freude macht, zu helfen. Dass es Spaß macht, Kindern zu helfen. Und wenn wir das hier auch noch ein bisschen hinbekommen, dass wir am Rande von Karst total noch Hilfe total hinbekommen, dann bin ich noch glücklicher. Karst hilft. Wir sind dankbar, dass Wolfram Kohns als Schirmherr dabei ist. Karst total zu dem, dieses Jahr macht, was es sein möchte. Und ich darf in Vertretung aller, die da im Hintergrund wirken, herzlichen Dank sagen. Und hier symbolisch sagen, aufrufen, Leute, es gibt eine Freude. Das ist eine Wiesentotal. Herzlichen Dank, Wolfram Kohns. Und viel Spaß. Eine Gaudi wünsche ich. Ja, das ist eine Freude. Und jetzt macht es euch eine Freude. Das ist eine Super-Sachen. Wiesentotal. Und dieses Herz trage ich genau da, wo es hingehört. Ja, danke dir, Harry. Das ist eine Freude. Musik .